Für mich machen die kräftigen Farben und die auffällige Struktur unsere Tagesdecke her Nadia zu etwas ganz Besonderem. Sie wird in Portugal aus 100% reiner Baumwolle hergestellt und hat ein auffälliges Webmuster, was sehr schwer zu beschreiben ist. Die spezielle Jacquard-Bindung kreiert einen voluminösen Effekt, der durch die kräftigen Farben noch zusätzlich betont wird. Diese Tagesdecke zieht in jedem Raum die Blicke auf sich und die satten Farben der Kollektion setzen jede auf ihre eigene Art und Weise ein Statement.